und damit ein moin moin und herzlich willkommen zurück bei eschen so ich bin aus kein bisschen gelaufen und habe hier den nächsten schrein gefunden das schöne ist zum einen sind wir in der nähe von hier und zum einen sind wir in der nähe von da und zum anderen sind wir in der nähe von 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 hier wo wir eigentlich auch zuerst hin wollten aber ich glaube ich mache mal erst mal den hier erst irgendwie noch näher dran deswegen mache ich den mal spontan umentschieden so läuft das gut ja cool der schaden der schaden der macht mich kaputt irgendwas 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 stimmt hier gar nicht ganz seht ihr das was ist das das hatte ich doch schon einmal was was war das noch mal finde kacke jetzt geht's okay es war gerade im kampf ganz komisch hatte nur den ersten angriff gemacht die ganze zeit und nicht so kombiniert das hat mich ziemlich verwirrt gut da oben komme ich gerade so nicht hin schade den er kann ich aber vielleicht auch nicht gut ah cool ah wieder eine müde das ist töte talaran und nimm seinen weltsamen erstmal wie ich den hier töten ha sorry musste gerade sein äh da oben sind dinge kann ich hier hoch kann ich hier nö ok kann man mit dem kannst du mir da hoch helfen guck na ha 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 ausgetrickst schweiz wurzel ey sind das ja das dachte ich mir schon fast okay da ist der sichere tot da wollen wir erstmal nicht hin da war nicht schon ja cool da die viecher habe ich echt vermisst das kann ich euch sagen die habe ich echt nicht vermisst so oh Gott das trägt ja nichts aber da kann ich ja blöp haha das hat ihm die Hälfte abgezogen und das ist das ist tatsächlich nicht schlecht dann hofft euch nochmal machen und natürlich nicht getroffen natürlich nicht getroffen so ich meine warum nicht oh das war oh wow 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 okay das war jetzt äh ziemlich billig selbst für meinen Geschmack das war echt äh Wächterschild leistungsstarker Schutz aus der Vergangenheit man ey diese ganzen Geister toll da treffe ich auch nicht mal ach man ach der hat weniger als meiner ähm was war das gut gut also ich hätte ehrlich gesagt gedacht dass äh der Questgegner für den ich hierher gekommen bin nicht direkt am Anfang auf uns wartet und dann auch noch so feige von Sperren getroffen wird und äh durch diese Sperre stirbt ja ohne sich zu wehren jetzt bin ich zu dem geworden was ich am meisten in diesem Spiel hatte Sperre werfe ah naja gut ich frage mich was es hier noch gibt hier drin oh okay jetzt geht man auf den Sack und einen hindern cool danke so da ist es jetzt eine supergeile Waffe schade hätte ja klappen können so was haben wir denn noch hier war ich hier schon einmal ich weiß es noch aber ist nämlich die Frage ob man ähm ich war hier schon mal tatsächlich cool das heißt äh man ist sicher jetzt erst zum Glück haben wir ja ein paar Sperre mal gucken äh so fuck so fuck immer noch nicht so ha boah ah geil habe ich jetzt nicht gesehen dass das so eine schwarze Feder war einfach nur gesehen dass man hierher kann so nice was haben wir hier ja okay 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 ach das sind beide okay okay gut so ich so machen wir das halt so ich wollte mich gerade erst mal durchlesen um zu gucken ob äh ich meine Skoria verliere oder nicht so alles klar so so reise beendet ne 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 nice so langsam schließen wir die ganzen Reisen ab keine Reise verfügbar das ist eine Hauptreise okay da haben wir noch bei Jockel Worser ist abgeschlossen Isla ist abgeschlossen Flog hier ja da ist gerade keine Reise verfügbar ne das ist einfach nur keine Reise verfügbar bei ihr die Reise ist noch nicht komplett abgeschlossen da kommt noch was so da haben wir noch das der hat gerade auch nichts da kommt aber noch was sicher ja ok hm das Gebiet ist einfach noch kacke mhm so dann muss ich noch Kevin finden oder ne bin ich mal gespannt so ich geh nochmal nach da hinten um einfach mal meinen Heiltrank zu verstärken das kostet aber warte hm ja ne ok müssen wir das gut mit den 18.000 irgendwas lässt sich damit auch bestimmt kaufen so flop ah oh nein ich bin runtergefallen so ähm ich glaube bei der da oben konnte man auch nochmal was machen ja vielleicht auch nicht gut Relikte was habe ich denn gerade ausgerüstet da ist Schaden plus 10% was ist denn schon äh okay ich wieder weiter okay hm hm aha okay hm und Ausdauer plus 5% Plus 5% Deine Ausdauer wird stark erhöht 5% ist es für mich jetzt nicht stark Gut Äh So Ja Gut So noch 18.000 Kann ich damit irgendwas machen? War das ein Händler? Nein natürlich nicht Äh Na komm Ich weiß es ist dumm die zu kaufen Wo man sich die auch farmen kann Aber schaust du drauf Hm Also So Zack Achso So So Mittlerweile habe ich einfach so viel Skoria-Beutel und so Hm Naja Wird schon irgendwas Irgendwas bei rumkommen So Gehen wir Ach das ist nicht mal Ein Teleportding wo man sich hin teleportieren kann Das ist nervig Das ist wirklich nervig Da hätte ich tatsächlich mal ein bisschen besser drauf achten sollen Noch nicht äh Von da weg zu teleportieren Aber Passt schon Ich lauf halt einfach durch Das wird schon schief gehen Und zu verlieren habe ich ja nichts Ah Hier werde ich gestorben Dann kann ich Ist hier einen sicheren Weg nach unten Nö Ich bin mir sicher dass ich aus dieser Höhe gestorben wäre Ah hier schon wieder Hier habe ich es letztes mal probiert Ich glaube ich bin immer noch nicht äh Ich glaube das wird nichts Ich glaube das wird nichts Ja Oh ich lebe Ah geil Aber ich komme hier nicht hoch Okay Bam 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 Ja Geil Kann ich nochmal laufen So Ich glaube es wird klüger dann hier lang zu laufen Bislang die Dödel mich alle nicht treffen Bin ich zufrieden Keine Ausdauer Schneller Danke So Okay Werft halt euren Scheiß Solange ihr mich nicht trefft Ist alles in Ordnung Genau Hier lang Diesmal gehe ich mal hier Hm Und dann nicht hier lang So Und dann war das auch Die lasse ich jetzt auch einfach mal War das da Ich weiß gar nicht Wo ich letztes mal Okay hier auf jeden Fall nicht Gut Oh Gott Hier sind so viele von denen jetzt Aua Natürlich müssen da so viele Speerwerfer wieder kommen Ist das ja Weißt du wir haben gerade Spaß Ja da kommen die ganzen Spaßverderber wieder an Nervensägen Die keiner auf seiner Party haben möchte Frisch halt sowas Das sind auch die Leute die immer uneggeladen kommen Schämt euch nicht Gut ich glaube es geht hier lang Guck mal da war so ein So ein Schattengeist oder so auch immer Ja hier war ich das letzte Mal Gut Dann bin ich hier einfach runtergelaufen Schade So Da hinten Da hinten war ich nicht Wie ich letztes Mal da oben lang gelaufen bin Aber Oh Ja 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 Boom Ha Geil Nice, ähm, so, Mutterdrehen, ah, da ist Gavin, oh geil, Gavin, äh, ja, cool, dann bin ich, äh, letztes Mal tatsächlich irgendein, aber was ist denn, falls ich mich gelaufen, damit ich Gavin jetzt machen kann, so sieht's aus, äh, ach, ja, klar, ich weiß, dass ich da hinten einfach runterspringen könnte, um es mal einfacher zu machen, aber ich möchte gucken, was es hier in der Höhle gibt, einfach nur loot-technisch, ach, Mann, ey, Ah, Einschlag, Hilfe der Capiric, das ist, äh, spaßig, So, weg mit euch, so, geil, ach, Schätzchen, Gavin, ich komme, warte auf mich, ich bin gleich da, So, geil, kann man eben ganz kurz, äh, so, ey, so, wolltet ihr Zeichen da im Gesicht grad einfach nur wegmachen, ja, cool, dann halt nicht, Da ist es weg, ah, so nice Aha, okay, 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 solid Ach, okay, ideal Amara war richtig, um meine Hilfe, denn die Designs von einem Elderdark sind gegen dich. Ich habe entangelt Sissna's Weave, damit wir sehen, was sie versucht, von uns zu entfernen. Das Schaue der Aschen. Er schlägt es wie ein verletztes Kind, um sich tief in das Palais von Lothairus zu erinnern. Letztes Gefecht von Naturwurla. Gehe ich weg. Ich feiere Geffen einfach so. Ich finde das mega geil, dass sie so eine heftige Gottheit haben, die halt so geil aussieht. Das ist nice. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon wieder. Mh. Wir haben einfach gar keinen Ruhrplatz zurück. Das Ding ist... Habe ich hier noch irgendeine Quest? Bevor ich jetzt wieder... Jockels Quest, ja. Dann machen wir die erst einmal. Bevor ich mich wieder zurück teleportiere. Und jetzt den ganzen Kackkrieg nochmal laufen muss. Ist es glaube ich angenehmer... Das zu machen. So jetzt müssten hier eigentlich auch in der Höhle keine Gegner sein. Das heißt, ich kann einfach durchlaufen ohne... Ohne Licht. Äh... So. Ah, sie ist immer noch da. Das ist doch schön. Das freut mich. Ich finde es auch schön, dass sie einfach nur rumplanscht. Hat sie sich verdient. Darfst du auch mal machen. Ah. Schön. Gut. Kahl anwesend. Diese Wurzeln. Diese Wurzeln überall. Ah, gut. Hier sind wir aber auch richtig. Eigentlich müsste ich mal nachher gehen. Ach, da oben. Wo ist denn dieser Stein? Ich möchte zu diesem Stein. Der ist direkt hier. Ähm. Einfach nur um... Alles aufzufüllen. So. War im Spielstand gespeichert. Da muss ich nicht mehr hin. Da war ich. Hm. So. Hier würde ich aber gerne mal hin. Hier war ich noch nicht. Also bei denen. Da liegt noch ein, zwei Items. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Achso. Fuck. Da sind doch mehr Items als ich dachte. Nomadenbalken. Klingt nach einer interessanten Waffe. Aua. So. So. Hast du meine ... Achö. Nee. Aber jetzt Missionen której스�. So. wirklich in balken super langsam macht aber super viel schaden aber hat leider kein kit hat mein stich nicht ich möchte grad so kommen da gibt es noch ganz viele items muss ich auch hier wollte ich muss ich wollte ich auch hin und betet er hier sind noch zwei wenn aus spaß könnte ich aber eigentlich mal einmal kurz mit dem balken kämpfen ich gerade selber neugierig bestimmt bereue ich es gleich weil ich gleich bestimmt von hundert leuten überrascht werde die waffe ist halt echt nicht gut super langsam und kann im prinzip auch nur zweimal angreifen aber ich verstehe warum diese dicken typen diese großen die diese dinger werfen so viel schaden machen ich meine wenn du einen ein balken als wachsperr benutzt dann kann da nur aua bei rauskommen ich könnte mal aufhören so rum zu schreien das ist auf dauer etwas nervig toll so komm her mannhof so nein das wollte ich ja den wollte ich nicht trinken egal und da spielt geben oben so anscheinbar um zu planchen könnte die mir eigentlich mal helfen ach quatsch geht das schon alleine hin mit der hilfe von der da wir wechseln sie durch ich habe keine ahnung wie die immer heißen sorry dafür jockel 3.0 so natürlich muss ja noch ein gegner drin sein um sapient uitzel ja war ja klar dauer es werden immer mehr was soll denn die scheiße hier also dieser pisser wirft da oben einfach weiter es ist toll so renn einfach in der hülle amara ok und amara haben wir hier an unserer seite das freut mich und natürlich kommt da immer noch mehr das ist warum denn auch nicht dauer dauer cool aha bumm voll erwischt naja was macht amara da ist die hier irgendwo kommt hier grad nicht hoch oder was ist los ich hasse schild typen in jedem spiel sind die einfach nur nervig einfach nur nervig man komm schätzelein komm schärfe dir kann ich nicht toll gerade lauf ich ein bisschen vor dann kommt die schon nach wenn ihr merkt wie wichtig oder wie dringlich das ist dann schafft die das schon äh ja hier ist falsch siehst du sag ich doch da ist sie schon aha verstecktes item ist auch nur moos ist toll so ok da ist ein item wenn das irgendwie kein keine geile waffe ist die da liegt dann werde ich hütend ok sind das sind das vielleicht keine gegner sind das kann ich mit denen reden ok schattenschleier beschadet richtig mit dunklem schutz oh kacke oh kacke die waren gut jetzt greifen die mich an ich habe es aber auch provoziert passt passt schon ist schlechter ja das ist geil lingo bären bist du denn was geil und die noch besonders wahrscheinlich 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 vielleicht bist du auch schon wanderer hm 80 25 50 minus 20 wow 10 Ausdauerkosten. Okay. Oh. Hm. Also für mich sind die Ausdauerkosten eng gleich. Zwei. Drei. Oder was? Ausdauerkosten minus. Nee. Plus. Ach, plus. Hä? Hä? Ich behalte einfach mal jetzt die an. Okay? Die sieht besser aus. Wir sind immer noch fashion-technisch unterwegs. Ne? Passt schon. So. Hm, hm, hm. Okay. Hier ist tatsächlich einfach... Haha. Überreste. So, ja. Und ja. Okay. Heißt der Ort hier gerade wirklich Überreste? Okay. So, sorry. Gut. Dann würde ich jetzt gerne Malik finden. Der sich wohl irgendwo hier befinden muss. Hm. Ja. Da, da, da. Hm. So. Das ist halt irgendwo in diesem großen Gebiet. Das ist, äh, ja. Kann halt dauern, bis wir den finden. Ich hoffe aber nicht. Okay. Hier waren wir. Hm. Wieso hab ich so das Gefühl, dass er vielleicht irgendwo weiter oben ist. Oh, toll. Wer hätte es ahnen können, dass man durch Stoff durchfällt. Das ist beschiss, aber. Äh, beschiss. Äh. Ja. Hm. Hm. Okay. Hm. Guck mal. Passt übersehen. Mach mal Moos. Hm. Also, ich war jetzt überall hier. Ich glaub, der ist da oben. Das ist jetzt der einzige Ort, der mir logisch vorkommt. Aber da komm ich so auf normalem Wege, glaub ich, gar nicht hin, oder? Hm. Wo das nicht wohnt, ne? Ach, guck mal. Glück gehabt. Oh, jetzt noch mal Wurzeln. Kannst du mal aufhören zu schreien? Danke. Kannst du mal aufhören zu schreien? Danke. Okay. Das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht ganz so wie gehofft. Finde Malik. Ich weiß nicht, ob wir Malik angreifen sollen. Kann ich. Ah, cool. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, einfach nur quatschen wird hier nichts. Was hat Spaß gemacht? Das war nice. So, Malik. 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 Oh, okay. Who... Seeks me... The curse of darkness... My shame. I did my duty... Though it broke my heart... But... What choice was there? The action was die... Lady Amaris, Little Mishra, ich habe sie in Riyak, als ich sie aus den tiefsten Körnern der Land gebracht habe. Wahrscheinlich habe ich es verletzt. Es ist nur eine Art Weg, um unsere Kürze zu entfernen und um den Wettbewerb zu geben. Die Schäden der Mishra. Töte Malik. Alles klar, das muss Mishra machen. Das habe ich mir epischer vorgestellt. Das habe ich mir epischer vorgestellt. Gut. Alles klar, kehre zum hohen Platz zurück. Das meine ich direkt. Oh, jetzt habe ich einen Pilz gegessen. Geil. So. Wippadapadap. Nice. Okay, jetzt einmal mit ihr. Geffen hat den Weg in die Palästtour geöffnet. Wo die Schäden der Aschen... Es ist etwas, das ihr müsst wissen. Die Schäden der Aschen ist zu meinem Schade. Neue Reise aktiviert. Okay. Haben wir auch etwas Neues bekommen. Ein Relikt war es nicht, ne? Aber... Anschleicher. Deine Schäden alarmieren die Feinde nicht mehr. Das wäre eine Überlegung wert. Schaden plus 10%. Kritische Chance plus 5. Das möchte ich gerne behalten. Das ist auch nicht schlecht. Ah, was ist der letzte, den ich habe? Ausdauerkosten für Rennen. Ah, komm. Nehmen wir den. Das ist besser. Ich weiß nicht, ob man vorher Schritte gehört hat von einem beim Laufen, aber... Man hört jetzt nichts. Ob es jetzt nichts mehr ist, oder... Cool. Gut. Dann, äh, da, da, da. Müsste ich gerne an meiner Waffe noch mal verbessern. Zack. Hm, 41.000. Das... Uhuhuhu. Weißt du, das mache ich jetzt einfach nochmal. Das ist mir egal. Auch wenn die Folge schon... Ja, eigentlich zu Ende ist. Ist egal. Das machen wir aber. Das, das machen wir. Komm, komm. Zack rüber. Oh, das wollte ich nicht. So, das kann weg. Das kann weg. Äh, das kann weg. Das und das und das und das. So. Hm. Und dann kann ich es auch gleich mit den restlichen, äh, Skuria, die ich dann überhabe. Ähm. Meine, äh, Dingsnis nochmal verbessern. Meine, äh, Heilungs-Dingsnis. Oder ich mach den auch plus 5. Hm. Oder ich mach den auch plus 5. Hm. Hm. So, komm. Boom. So, das, was wir jetzt als nächstes brauchen, als Material, habe ich glaube ich noch gar nicht. Das kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Deswegen nehme ich jetzt, äh, 16.000 ist nichts. Das ist nichts. Damit kann ich mein Dingsnis nicht verbessern. Aber. Ich habe ja ein paar hiervon. So, und irgendwann, irgendwann müssen die auch weg. Ich hoffe, das reicht auch. Wahrscheinlich nicht, ne. Gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe, wie viel ich gerade habe. Das reicht auf jeden Fall. Muss ich halt nur kurz hinlaufen. Dö 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 dö... Ich muss auch sagen, ich sehe auch ziemlich, äh, feminin aus. In dem Outfit. Als ich das, äh, angelegt habe, dachte ich eigentlich, dass ich ... äh, ja... Gut. So. Eine, danke dafür. 47.000 als nächstes... Ich hatte die Fragen sind äh, ah, das sind, ah, das sind super kleine, die bringen mir einfach mal gar nichts. Aber ich nehme die jetzt einfach mal, so 8000, das ist halt echt nicht viel. Hat der irgendwas? Ja, ne. Äh, ja. Davon brauche ich leider nichts. Machen wir das auch mal so. Auf die Tasche. Und der Rest soll ich mir hier herkommen. So, zack. Der Rest kommt dann in die Truhe. Dann haben wir da auch erstmal auch wieder ein bisschen Platz gemacht. Auch wenn ich jetzt wieder was reinstecke. Aber das wird gut. Ähm, finde den Schatten von bla bla. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt hinkomme. Ich muss da irgendwo hin und dann komme ich da weiter. Okay. Da ist keine Reise verfügbar. Da ist auch keine Reise verfügbar. Und dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, Jockel, was hast du denn? Hm, geil. Danke. Reise beendet. Okay, cool. Äh. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt so. Ja. Äh. Ja. Ja. Äh. 60. Ausdauerregeneration. Minus 25. Minus 60. Ich glaub das trotzdem ist er dann. Hm. Ich glaub Minus Ausdauerregeneration. Ist eh schlecht. So. Gut. Dann packe ich das alles, äh. Die Überreste packe ich hier rein. Ach. Die Riste fühlt sich so langsam. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Aber ich kann nicht hier. Die kann ich mitnehmen und die kann ich mitnehmen. Dann kann ich die verpulvern recht fix. Beziehungsweise den kann ich einfach abwerfen. Und die kann ich recht verpulvern. Ich hoffe das verschwindet dann einfach irgendwann. Und dann ist gut. So. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Flug hier ist. Äh. Reise beendet. Reise beendet. Reise beendet. Keine Reise verfügbar zur Zeit. Das ist das was wir als nächstes machen müssen. Dort reise ich auch direkt hin. Und beende an der Stelle dann die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe es hat Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.